Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs asen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Aast, Aaste, Hat geast. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich aase. Du aast. Er aast. Wir aasen. Ihr aast. Sie aasen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich aaste. Du aastest. Er aaste. Wir aasten. Ihr aastet. Sie aasten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe geaast. Du hast geaast. Er hat geaast. Wir haben geaast. Ihr habt geaast. Sie haben geaast. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich aase. Du aasest. Er aase. Wir aasen. Ihr aaset. Sie aasen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich aaste. Du aastest. Er aaste. Wir aasten. Ihr aastet. Sie aasten. Den Schluss macht der Imperativ. Ase du. Aasen wir. Aast ihr. Aasen sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb asen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.satzsepp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Mal.